Die Gründung von Leap Motor International BV, einem Joint Venture von Stellantis und Leap Motor, ist nun offiziell abgeschlossen. Mit einer Beteiligung von 51% durch Stellantis steht das neue Unternehmen bereit, die Automobilwelt sprichwörtlich zu erobern. Leap Motor International hat die Aufgabe, die Elektrofahrzeuge T3 und C10 zunächst auf den europäischen Märkten einzuführen. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem Videoformat zum gleichnamigen Magazin. Und wir müssen heute gar nicht so weit in die Ferne reisen, denn Stellantis möchte die Leap Motor Modelle auch nach Deutschland bringen. Diese Partnerschaft sieht nicht nur die Förderung des Leap Motor Absatz in China, sondern auch die Nutzung der globalen Präsenz von Stellantis zur Beschleunigung der Leap Motor Verkäufe außerhalb Chinas vor. Mit dieser strategischen Allianz soll die weltweite Verbreitung moderner Elektrofahrzeuge vorangetrieben werden. Stellantis bringt ein umfangreiches Händlernetz in die Partnerschaft ein, das Leap Motor den Zugang zu wichtigen Märkten weltweit erleichtern wird. Mit 200 Verkaufsstellen in Europa bis Ende 2024 unterstützt durch engagierte Ländermanager und einer geplanten Erweiterung auf 500 Standorte bis 2026 bietet Stellantis eine robuste Infrastruktur für den Markteintritt und das Wachstum von Leap Motor. Und wenn wir ehrlich sind, ist genau das, was den meisten chinesischen Herstellern in Deutschland und Europa fehlt. Die Verbindung der Spitzentechnologie von Leap Motor mit dem weltweiten Vertriebsnetz von Stellantis verspricht eine beschleunigte Marktdurchdringung und erhöhte Marktanteile in den Bereichen Nahosten, Afrika, Indien, Asien, Pazifik und Südamerika. Trotz der vielversprechenden Vorteile birgt die Partnerschaft sicherlich auch Risiken. Die Integration und Anpassung der Leap Motor Technologie an die verschiedenen internationalen Märkte kann Herausforderungen mit sich bringen, die wir so auch schon von anderen chinesischen Produkten kennen. Besonders aufregend für den europäischen Markt ist die Einführung des Leap Motor T03, ein kompakter Stadtwagen im A-Segment, der sich durch einen Innenraum wie im B-Segment und eine Reichweite von 265 km nach WLTP auszeichnen soll. Ein echtes kleines elektrisch angetriebenes Stadtauto. Wenn hier die Preisleistung stimmt, werden sich die Bestellbücher sicherlich schnell füllen. Doch was wäre ein Hersteller ohne großes SUV im D-Segment? Richtig, gar nicht existent. Dementsprechend kommt auch der Leap Motor 1010. Wir erwarten modernste Elektrotechnik, ein intelligentes Cockpit, eine Reichweite von 420 km nach WLTP und das ganze Ding ist jetzt schon mit mehreren Designpreisen ausgezeichnet. Jetzt stellen wir uns aktuell nur noch zwei Fragen. Wann kommen die Modelle und wie teuer werden die Leap Motor Modelle in Deutschland sein? Die Gründung von Leap Motor International markiert einen bedeutenden Schritt in der globalen Elektrofahrzeugindustrie. Durch die Kombination der technologischen Innovation von Leap Motor und der umfassenden Marktkenntnisse und Infrastruktur von Stellantis entsteht ein kraftvolles Joint Venture, welches die Mobilitätslandschaft weltweit verändern könnte. Während die Chancen viel versprechend sind, bleiben Herausforderungen bestehen, die es zu meistern gilt, um den langfristigen Erfolg dieser Partnerschaft zu sichern. Und wir sind uns sicher, die Zukunft bleibt spannend. Was meint ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, lasst uns gerne gemeinsam diskutieren. Liebe Grüße aus der Elektrik-3-Redaktion, euer Jens. Ciao. Liebe Grüße aus der Elektrik-3-Redaktion, euer Jens.